Willkommen, liebe Freunde, zu Top 10 Games 1995. Let's go, Wollo. Alter, der Kornel direkt übermotiviert hier am Start. Ja, 1995, da war ich schon Hardcore-Gamer tatsächlich. Da war ich schon 10 Jahre alt, Hardcore-Gamer. Geht nicht. Ey, also, geht's jetzt? Start's bei dir? Ja, jetzt geht's, ja. Ich hab Play gedrückt. Ja, Command & Conquer, stark. Ersten Teil natürlich nie gespielt. Das war so vor meiner PC-Zeit. Ich bin mit dem dritten eingestiegen damals. Aber finde ich grundsätzlich starke Serie. Ist das so was wie Age of Empires? Ja, ne? Ja, ja. Ist echtzeitsteigend. Ja. Nur halt mit mehr... Ja, ist... Command & Conquer hast ein bisschen mehr Action als Age of Empires. Ja, theoretisch mag ich solche Spiele praktisch nicht so gerne. Ich mag die theoretisch und praktisch. Ja, ich weiß nicht, weil so Echtzeitstrategie spielen, finde ich immer ein bisschen doof. Ich mag lieber so... Äh, also, es muss nicht runden Strategie sein, weil Siedler ist ja auch Echtzeitstrategie, oder? Ja. Ja, aber es ist halt anders, ne? Siedler ist ganz anders, oder? Siedler finde ich mal wie scheiße. So Worms! Wie stark! Ja, das mag man. Auch wenn ich dir jetzt auch sagen muss, dass ich Worms 1 sehe. Ich weiß noch, damals auf dem Gameboy hab ich das immer gesehen, der total... Da war das halt... Als Tester dachte ich mir, oh, das ist bestimmt voll das coole Spiel. Warte ich aber nicht. Ja, das hab ich auch noch nie gesehen. Mein erstes Worms war Worms Armageddon damals. Vor PS1. Ja, wir haben Worms in meiner Schule gespielt. In der Schule, oder? Eine Freistunde oder so, an einem PC. Also an einem Laptop. Hat jemand einen Laptop mitgenommen und dann habt ihr Worms gespielt? Oder wie? Kannst du mal pausieren? Ja. Warum kannst du das? Ähm, ja, wir haben... Als ich Habitur gemacht habe, gab es da schon Laptops. Krass. Und... Ja, aber das gab es bei mir in der Sache nicht wirklich. Manche haben das halt auch dann im Unterricht schon benutzt. Also es gab dann Leute, die haben Laptops mitgebracht. Ich hatte, glaube ich, zu der Zeit auch einen Laptop. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie... Wir durften das, glaube ich. Ich hatte den auch mit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten halt so zwei, drei Leute immer ihren Laptop dabei. Und dann hat man halt immer Worms gespielt. In einer Freistunde oder so. Ähm, wir haben auch auf einem PC, haben wir... Auf einem Laptop haben wir auch Trackmania gespielt. Und wir haben sogar GTA San Andreas, habe ich mal ein bisschen gespielt, aber... Ähm, ja, nur ein bisschen, war nicht so cool auf dem Laptop. Krass, Ron. Ja. Ja, richtig. Aber die waren ja richtige Gamer-Momente am Start. Zockt ihr auch in der Schule, Leute? Schreibt mal rein, wie es heutzutage so ist. Ja, mit Handy, ne? Ja, heutzutage spielst du wahrscheinlich wie O.W. Ich bin Fortnite auf dem Handy. Fortnite, ja. Deswegen. Okay, krass. Lass es bei dir weiter? Ja. Stark. Wird gemein. Doch nicht. Boah, Luftschleude. Leute, ich habe auch jetzt die Kontrolle. Die Seite hat sich ein bisschen verändert. Ich habe auch jetzt die Kontrolle. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Das ist die. Werden wir beim nächsten Mal anders machen. Oh, guck mal, Korle, deine Lieblingsspiele. Warum? Ja, es ist ein Adventure-Game. Hahaha, Lucy Wollow. Ich dachte, du magst sowas. Ja, okay. Weck mich. Simon's Forcer habe ich nie gespielt. Ja, sieht super krass spannend aus. Auch der Ausschnitt gerade. Ja, wow. Er steht seit 10 Minuten am gleichen Fleck. Ja, komm, sowas ist schon nice. Ich verstehe dich nicht. Wie kann das For Worms sein? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das For Worms ist. Aber ich finde, warum ist jetzt gut, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes. Wie kann das für den Top 10 sein? What good will that do? Das bestimmt saulustig ist. Das sind ja super lustige Spiele. Ja, das natürlich. Also, das habe ich auch 1995 wahrscheinlich gespielt. Und ein stärkeres Game wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Das ist meiner Meinung nach immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten. Das ist so gut. Ja. Es ist halt auch so umfangreich, ne? Ja, wenn man das zu 100% spielt, ist es so krass. Der Bossfighter als Kind war halt auch einfach nur krass. Alter, den Bossfighter habe ich so oft gezockt, weil ich das so cool fand. Ja, das war einfach ein anderes Level an Gaming, ey. Ja, wirklich. Das gibt es heutzutage nicht mehr. So was gibt es heutzutage wirklich nicht mehr. Also, da lege ich mich fest. Weil es einfach zu gut ist. Aber Yoshi's Woolly World, nein. Nein, absolut nein. Und will ich im Ansatz. Man will es ja mit Yoshi's Woolly World. Nee, keine Ahnung. Star-Wars-Star-Wars-Spiel, ey. Sauf Doom angelehnt. Also, das Spiel, von dem du gesprochen hast? Nein, vom letzten. Nein, nein, nein. Leute, Doom war ziemlich stark. Lass mal auf und spiel mal einfach Star Wars drauf. Ja, so laufen generell wie du spät. Ja, außer Nintendo. Hast du dich dafür? Wo bleibt unser Doom Nintendo verschnitt? Und Mario, ne? Doom Fortnite verschnitten, Doom alles verschnitt. Doom voll, äh, 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 äh. Und das versteht? Wenn man direkt... Nee, das brauche ich nicht. Einfach alles, ey. fürsβα tscht. Doom, äh, 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 neue Ninja Vorgangsverständ生, haben sie doch. Nennt sich Super Mario Party, die gibt's auch noch fünf Minuten, spinnet die sich immer wieder holen. Also von daher sehe ich das Problem jetzt nicht. Nee, das ist ja eine schlechte Pummel-Party. Alter. So, das habe ich nämlich damals mit meinem Nachbarn immer gespielt. Oder mit Gizmo. Mit dem Simon. Ja, mit dem Simon. Da werden dann immer ein Turnier gespielt. Und dann konnte man am Ende so ein Code eingeben. Und dann wurden alle Fatalities gezeigt. Ich habe deinen Nachbarn auch jetzt kennengelernt. Ja, kennengelernt. Ja, ich habe geguckt, dass du darüber erzählst. Der hat, glaube ich, sieben Zweitligaspiele. Also hat Zweitligaspiele gemacht. Okay. Und ist aber, hat seine aktive Karriere beendet. Hat er schon? Ja. Aber der Gute ist ja jetzt auch schon. Der ist auch ein paar 30. Ja, ist 35 auch oder so. Naja. Ja, mir wurde auch gesagt, Mortal Kombat ist kein Beat'em ab. Ja, was ist es denn dann? Ja, weiß ich nicht. Mach mal Pause. Er ist ein Kampfspiel. Wie nennt man es denn? Weiß ich nicht. Das steht immer in den Kommentaren. Da schreibt immer zwei Leute oder so. Schreibt er mal, Mortal Kombat ist kein Beat'em ab, sondern ein Action-Adventure oder so. Keine Ahnung. Was? Ich weiß nicht, was die immer schreiben. Mortal Kombat. So war der. Fighting-Game-Genre, ja. Kampfspiel-Action-Adventure steht. Ja gut, es gibt auch ein Action-Adventure davor, aber das ist das ja nicht. Okay. Ja, das labern wir. Ich wollte es nochmal sagen, für die Leute, die jetzt nochmal reinschreiben, eine Grüße gehen raus an euch. Ihr Nerv. Wir lieben alle unsere Kommentatoren-Schreibern. Außer LPM, den lieben wir ein bisschen mehr. Das stimmt. Hast du den Kommentar von ihm gelesen? Natürlich. Ja, nein. Das war so cool. Ja, mega cool. Ja, das gab es bei uns nie, dieses Spiel. Das kenne ich auch nur, weil davon ein N64-Ableger kommen sollte, namens Orgre64. Und das war auch immer eine Total-N-Sone und so, sah mega cool aus, aber war damals auch nur für den US-Markt bestimmt. Es hat so ein bisschen wie, wenn ich dir jetzt sage, Final Fantasy-Taxe. Warte, Fire Emblem. Das ist ein bisschen wie Fire Emblem. Das kenne ich, ne? Ja, ja, das kenne ich. Dann, der weiß noch Bescheid. Ich habe noch nie gesehen, wie Fire Emblem Gameplay aussieht. Ungefähr so. Ich hätte gedacht, dass das so ein bisschen ist wie Mario Ends Rabbids. Das ist ja auch hier so ein bisschen wie Mario und Rabbids. Ja, genau. Deswegen. So ähnlich, aber nicht genauso. Ist schon anders. Ich habe so ein Spiel auf der Playstation gespielt, namens Playstation 2. Gladius, Leute. Kennt das jemand? So ein... Wow, Alter. Gladius Let's Play mal gucken. Können wir darauf reakten? Auf einen Gladius Let's Play? 80 Parts? Ja, klar. War Warcraft 2! Jetzt muss ich jetzt muss ich hier stehen. Ich habe noch nie ein Warcraft-Spiel gespielt. Außer WoW. Ich habe auch nicht so viel gespielt, aber Warcraft ist schon ziemlich cool. Ja, es ist halt im Grunde wie StarCraft, nur mit Fantasy-Charakteren. So stelle ich mir zumindest vor. Und da machen wir ein paar Pausen. Ein Beispiel, bist du gespielt? Da gibt es eine ziemlich lustige Story, die habe ich bestimmt schon voll auf der Zähne. Aber als... Mein Papa war ja... Mein Papa zockt ja auch heute noch. Der zockt ja auch heute noch WoW und so. Ja. Und der war natürlich auch früher ein Zocker. Und ich glaube, es war vor Warcraft 3, aber die Bauern hier, also die Leute, die Arbeiter, die haben halt so eine richtig coole Sprachausgabe. Das kenne ich mir gerade auch schon auf. Und es ist halt so, das ist mein Papa, der ist halt manchmal ein lauter Mann, der sich gerne aufregt. Man kennt es von Papas. Und der sitzt dann da vorm PC. Und ich fand das ja eh mal cool, vor Zocken und so, bla bla. Und dann war der schon ein bisschen gereizt, keine Ahnung warum. Und dann zockt er so und auf einmal passiert irgendwas. Und er schreit durch die ganze Wohnung. Leck mich doch am Arsch! Und in dem Moment, und er hat ja auch über Lautsprecher die Musik an. Und genau danach sagt so ein Arbeiter, Yes, mein Lord. Das war sehr lustig. Ja, gut. Kannst du jetzt bitte lachen. Gut, Leute, warte, jetzt müssen wir ein bisschen Pause einbauen. Die Leute müssen sich jetzt erstmal wieder beruhigen. Du musst es vielleicht uns sicherlich entziehen. Die müssen uns ja auch erst wieder hören können vor Lachen. Warte. Das war eine sehr lustige Situation. Jetzt haben sich die Ersten wieder beruhigt. Okay, das war wirklich witzig. Weiter geht's. Muss man dabei gewesen sein. Es gibt genug Leute, die erst gefühlt haben. Bestimmt. Das ist halt die Kommentare, Leute. Der, die Polizei ruft, wenn er auf den Rasen geht. Okay. 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 Da kriegen wir jetzt noch ein Yes, mein Lord. Das wäre super. Aber er ist stark. Ja, das sieht krass aus. Absolut, ne? Die Länge der... Das macht sich besser. Er hat dann wieder so einen Kack, Alter. Es ist auch wieder ein Adventure, ne? Ganz klar. Alter, wie kann man denn diese Spiele... Wie kann das denn besser sein als ein Yoshi Store... Mario Yoshi Island? Wie? Naja, ich sag mal, der Ersteller hat ja... Hat er ja die Befehlsgewalt drüber. Und ganz offenkundig mag der Adventure-Spiele. Also wirklich. Wir sollten mal selber für jedes Jahr so eine Liste machen... Und uns hier gegenseitig vorstellen. Ja, auch eine Möglichkeit. Habt ihr darauf Bock, Leute? Schreibt sie die Kommentare. Und lasst gerne einen Like. Da, danke. Und wie setzen wir das um? Ja, du machst einfach eine Liste, dann reden wir darüber. Ist ja Milchis Problem, wie er das umsagt, ne? Ja, der kann dann die Sachen reinschneiden. Nichts, die Röschung, die Borgernitronoma-Utachko. Wird er denn... Ist das nur auf Russisch? Ja, und vor allen Dingen immer, wenn du kriegst, kommt dieses komische Hells Angels-Verschnittzeichen. Oh, die Krono-Träger jetzt auf der Eins ist. Ja, normal, Digga. Ne, normal. Das ist ja auch komplett gebeitet. Das gilt als stärkstes JRPG überhaupt. Das ist doch kompletter Müll. Habe ich sogar damals durchgespielt. Das ist doch kopiert von Secret of Mana. Ich sehe doch die Charaktere. Nein, Krono-Trigger ist was ganz Eigenes. Die Charaktere sehen genauso aus wie bei Secret of Mana. Ich würde sogar sagen, dass der gleiche Skin. Nein, nein. Allein schon aus vollem Grund nicht, Call. Jetzt, ich drücke mal einfach weiter und erzähle dabei. Weil es redet ja niemand im Video. Jetzt kommt ein Fun-Tracking. Spaß, Fakt am Rande. Die Charaktere aus Krono-Trigger sind gezeichnet von Akira Toriyama. Ja, abgebucht. Ersteller von Dragon Ball. Und der macht auch die Zeichnung für Dragon Quest. Und Secret of Mana ist erstellt vom Zeichner Hiroshi Teranimo. Ja. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, wer Secret of Mana gezeichnet hat. Aber es war nicht Akira Toriyama. Ja, aber Secret of Mana kam doch schon. War doch vorher, oder nicht? Ja, es hat Anime-Stil. Was willst du jetzt? Bist du dumm? Das könnte Secret of Mana 2 sein. Das ist ja genau das Gleiche. Nein, guck mal allein das Kampfsystem an. Hat nichts mit Secret of Mana zu tun. Klar. Nein. Das sind jetzt rundenbasiert. Ja, Pamela Papp, Alter. Pimmelmann. Rundenbasiert. Ja, Freunde. Ja, aber wie kann man denn Secret of Mana gar nicht reinmachen? Weil da haben die Leute nämlich alle geschrieben. Dieses, in dem Jahr war auch Secret of Mana. Das kommt gar nicht vor. Wie kann man denn Secret of Mana gar nicht in den Top 10 machen? Ich finde es auch nicht so gut. Leute, euer Zorn bitte in die Kommentare. Dankeschön. Leute, jetzt erst mal hier Bewertung. Da freuen sich doch alle drauf. Also objektiv. Objektiv, Alter. Überkrankes Jahr. Also 9 von 10 oder 10 von 10 vielleicht sogar. Überkrankes Jahr. 10 von 10 sage ich. Da waren so viele Quäbchen. Joshi's Island, Combat and Conquer, Worms, Warcraft 2, Chrono Trigger. Bruder. Ich sag dir so, wie es ist. Was soll das denn toppen? Joshi's Island, 10 von 10, klar. Warcraft 2, oh mein Gott. Google Chrome Hilfe, ja, so kennen wir sie. Google, Worms, 10 von 10. Yoshi, 10 von 10. Warcraft 2, 10 von 10. Aber da waren so viele wieder Vieh. Aber der Conquer ist halt auch überstark und, und, und. Die Adventure Games sind bestimmt auch richtig gut. Also ich sag, objektiv. Ich gebe eine 7 von 10, gebe ich. Und ich würde auch für mich selbst sagen, 9 von 10 mindestens. 7 von 10. Es muss halt noch eine Steigerung geben können. Aber ich glaube halt gar nicht, dass noch viel bessere Jahre kommen. Ja, aber, nee. Es waren halt zu viele schlechte Spiele dabei. Mortal Kombat 3, ultra stark. Zu viele schlechte Spiele, Leute. Ja, diese ganzen Point & Click Sachen, hast du dich halt. Was kriegst du dann 2020 von dir bisher? Alter. Ich weiß nicht, was kam dieses Jahr raus? Fall Guys. Ja, 10 von 10. Ja, ansonsten kam ja auch nix. Animal Crossing kam noch raus. Ja, okay, dann keine 10 von 10. Leute, im nächsten Mal, beim nächsten Mal dann 96. Da könnte es dann schon sein, dass das N64 und Playstation so richtig stark mit drin ist. Ja, hoffen wir. Ich habe richtig Bock. Ja, dann geht es ja los. Mario 64 und so. Wenn das nicht drin ist, dreht durch. Alter. So, wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Yoon максимjä個. Tch. Tschüss. K avons booth.